Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Pail World. Wir werden heute weiter erkunden gehen und zwar in dieses Gebiet rein. Ich weiß, wir müssen hier eigentlich noch ein paar Pails fangen. Wir werden wahrscheinlich nebenbei den ein oder anderen mitnehmen. Ja, hier sind sogar direkt ein paar, die ich eigentlich brauche. Ja, läuft bei mir. Wie machen wir das? Wie machen wir das, Leute? Dem hier? Sollen wir ein paar mitnehmen? Das Ding ist... Warte mal, will ich dich direkt weghauen? Das trifft überhaupt nicht. Und hiervon? Lebt er da noch? Ja, okay. Wir versuchen mal erstmal grüne Sphären. Die paar, die jetzt hier sind, nehmen wir kurz mit und dann machen wir uns direkt auf den Weg, würde ich sagen. Ja, ich glaube, bei der soll ich lieber... Als Spächerling habe ich fertig, ne? Den habe ich fertig. Alles klar. Er hat mich angegriffen. Die haben wir auch. Alles klar. Was ist mit dir? Ich meine, du fehlst mir noch. Der hier fehlt mir auf jeden Fall. Der da hinten. Von denen habe ich nur zwei oder so. Ja, von der brauche ich auch nur noch drei. Oh, der ist gezogen. Autsch. So, wir können schon mal schauen... Wir müssten... Da lang. Gibt's doch nicht. Will der mich gerade komplett verarschen. Ah, mein Nightwing darf jetzt nicht sterben. Komm, dann halt... Das gibt's doch nicht. Will der mich komplett verarschen jetzt? Unglaublich. Unglaublich. Der hat doch schon so gut wie gar kein Leben mehr. Warte mal. So. Kommen die Crew. Krass, ey. Die laufen erst mal mit denen hier rum. Ja, komm. Das gibt's doch nicht. Ja, egal. Egal. Nee, mach weiter. Hier, mach... Oh. Jetzt sind hier überall wieder Pals, die ich brauche halt. Das ist Fluch. Das ist ein richtiger Fluch, Leute. Das ist einfach nur ein richtiger Fluch. Sammeln ohne Ende. Aber wir brauchen die Erfahrung auch, ne? Das ist ja so ein Teufelskreis, Leute. Warte mal. Euch hab ich noch gar nicht. Und da sind die Perlfreunde, die angeblichen. Können wir von hier hinten einmal... ...euch alle auf einmal erwischen? Ah, mehr oder weniger. Ey. Na super. Ich hab... Die explodieren also. Uh, warte mal. Wer bist du denn da hinten? Ach so, Bienen. Eine Biene? Aber nein, da waren doch... Hä? Waren das Bienen? Da war doch grad... War das nicht Hexen? Warte mal, den brauche ich. Der sieht cool aus. Du musst in mein Team. Für dich... Nämlich sogar gelbe Sphären. Ich schieß lieber jetzt nur mit dem Bogen. Oh, mit der Armbrust meine ich. Ah, okay. Das sollte ich jetzt so lassen. Komm. Komm in die Crew. Komm. Zu den Coolen. Ah, super. Ey, das gibt's doch nicht. Das macht mir auch noch Stress. Ey. So. Das gibt's auch nicht. Jetzt aber. Ey, die wollen sich alle nicht fangen lassen, ne? Das gibt es doch nicht. Der verspottet mich. Der ist mich richtig am verspotten. Komm, jetzt aber. Geht doch. So. Auf euch habe ich eigentlich keinen Bock. Aber gibt ihr auch grünes? Ey. So. Nicht mit Mua. Also, wir wollten eigentlich weitermachen. Wir können hier rüber. Da hinten wäre eine Statue. Da sage ich doch nicht nein. Oh, warte mal. Das ist wieder so ein Baum. Den habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Warum wurde es auf einmal so dunkel? Da muss ich einmal zu langen. Und dann holen wir einmal Dr. Nightwing. Wir gehen rüber. Holen uns einmal die Statue. Und schauen uns das Gebiet an. Das klingt doch nach dem Plan. Und, warte mal. Wir sollten. Was essen. So, das sieht ja gut aus. Ja, damit. Zack. Ich muss auch mal schauen, ob ich mich verbessern kann. Es könnte sein, dass wir mittlerweile wieder genug haben. Ach, hier gibt es mehrere von denen. Oh, warum fliegt der so hoch? Warum macht der so was? Ich glaube. Wow. Die sind stark. Okay. Mit dem ist anscheinend nicht zu spaßen. Warum ist meine Attacke weg? So. Und so. Kommt beide mein Team. Oh, die sind schon nervig, ne? Und wieder Pal-Friends. Angeblich. Ey, kommst du jetzt mal? Ey, ist das denn, dass er wieder jetzt irgendwie acht Sphären oder so verbraucht? Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht, Leute. Ich dreh durch. Ach, endlich. Jetzt kommen wir nicht voran. Und es wird langsam dunkel. Es dämmert langsam, ne? So, ein nettes Ei. Super, hier kommen wir ja nicht gut hoch, oder was? Oh, oh. So. Guck mal, hier haben wir sogar direkt einen Reisepunkt. Eine Schnellreise. Ach, komm. Kann man nur so nerven. Streunern die alle rum. Hä? Ernsthaft? So. Okay. Oh, das ist ne Seele. Warte mal. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Zack. Gut, wenn es hier rumliegt, her damit. Nee, ich hab jetzt eigentlich keine Lust auf euch. Mal, wir hauen jetzt erstmal ab. Ab nach Hause erstmal. Und warum seid ihr so eingefroren? Äh, äh. Okay. Weitermachen. So, du bist hier lecker Beeren amachen. Warum ist hier irgendwie Weizen? Aus welchen Gründen auch immer. Wir holen mal ganz kurz das Metall hier rein. Und schauen dann mal oben, ob wir nochmal ein paar Sphären haben, die ready sind mittlerweile. Ich glaube, ich muss den Kramer hier... Warte mal. Ja, ich muss mir so ein Brut-Ding imbauen, ne? Eigentlich. Achso, da waren die. Egal. Egal. Passt schon. Äh. Brut, Brut, Brut. Kasten. Hauen wir jetzt einfach erstmal hier hin. Werden wir noch umstellen. Das ist ja no problemo. Und hier sollten wir langsam mal... Ne Decke reinballern. Das können wir auch eben ganz kurz machen. Äh. Dach. Wir haben hier wieder ein bisschen Metall. Äh. Ja. Dann machen wir erstmal diesen Raum hier ready, würde ich sagen. Hallo. Ja, dann eben von unten. Hä? Aha. So, das passt auch schon mal erstmal. Dann. Falsche Taste, danke. Reparieren. Äh. Äh. Ja, super. Klar. Stoff brauche ich und antike Teile. Sonst meine Rüstung jetzt bald hinüber. Nice. Oh, jetzt habe ich den... Ja, super. Jetzt habe ich den Bogen ge... Äh. Ja. Die Rüstung ist fast hinüber, Leute. Das ist nicht gut. Wir haben hier hochwertigen Stoff. Den können wir schon mal nehmen. Dann Pistolen-Muni. Ja. Achso. Oh. Ja, nee, dann... Lassen wir das erstmal. Metallhelm. Ja. Klingt auch ganz gut. Das klingt sehr gut. Ein paar billige Sphären. Inwiefern brauchen wir Zement für Terrasphären. Ähm. Machen wir nochmal... ...ein paar von denen. Boom. Das geht auch schneller. Let's go. Da muss ich mir wenigstens schon mal den Helm. Und da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich den ein oder anderen Boss-Paddle fange, damit wir wieder antike Teile kriegen, ne? Weil sonst mit der Rüstung in dieses Gebiet ist, glaube ich, nicht so schlau. So. Das haben wir erledigt. Dann könnten wir... ...mal ein bisschen Stoff noch produzieren. So, du arbeitest kurz da. Ich geh schon mal kurz pennen. Wunderbar. Und wir brauchen hier Licht. Demnächst. Licht. Und wir können schon mal ein Ei reinhauen. Machen wir mal das hier. Nein. Verdrückt. Geil. Sehr, sehr geil. Und der Helm sieht, ähm... Ja. Sieht sehr gut aus. Stylisch. Aber gut. Ah, ich... Ich verdrücke mich immer, ne? Ich bin irgendwie manchmal an einen Shrouded gewöhnt. Ist nicht gut. Alles klar. Bam, bam, bam. 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 Wir haben ein bisschen Muni. Wir haben ein paar Sphären. Wir gehen uns noch mal ganz kurz oben ein paar Grüne abholen. Und dann sollte ich vielleicht echt mal ein, zwei Boss-Piles fangen, damit wir wieder antike Teile haben, ne? Ja, super. Ja, egal. Wir lassen die einfach so produzieren. Und ich mache mich auf den Weg. Keine Zeit hier verschwenden. So. Dann fangen wir einfach mal ein paar Leichte vielleicht, ne? Wir haben eigentlich hier noch 32er und so. Die können wir auch noch fangen. Aber wer war low? Dann können wir schnell hin. Zu Peking auf jeden Fall. Damit wir nur kurz einmal die Metallrüstung reparieren können, Leute, ne? Ich werde auf jeden Fall nochmal ohne Aufnahme komplett auch ein paar mehr sammeln gehen. Aber das brauchen wir jetzt. Weil gleich ist die Rüstung hinüber und dann haben wir ein Problem. Dann ist nicht gut. Dann ist definitiv nicht gut. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir den nicht trägt. Hallo? Dann ist der Baller trotzdem ganz gut rein, ne? So. 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 Die Nerven. So, Bro. Let's go. Na super. Ja, ja. Komm mal her. Ja. So wird's gemacht. Den fangen wir aber einfach mit einer gelben, damit es schnell geht. So. Komm ins Team. Antikes Bauteil. Jetzt ist die Frage. Reicht das eine oder brauchte ich jetzt noch eins? Ich glaube, ich sollte lieber noch einen fangen. Rüstung beschädigt. Ja, nice. Das war klar, dass es passieren wird. Der ist ziemlich low, ne? Auch nicht so stark. Den haben wir doch gar nicht geholt. Müssten wir auch machen. Ich glaube, aber am einfachsten wäre der hier, ne? Der Kollege. Machen wir ganz schnell. Das geht ja schnell, Leute. Weil Rüstung brauchen wir. Äh, nein. Oder warte mal, wir nehmen den hier. Ich glaube, fliegen ist hier ein bisschen besser, oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Da ist eine Statue, glaube ich, ne? Die hatte ich anscheinend übersehen gehabt. Okay. Genau, dahinten ist die Brücke. Und dann holen wir uns den kleinen Gauner. Sehr schön, wieder eine neue Statue. So muss das sein. Äh, haben wir die fertig? Oh, das war zu krass. Okay. Ich muss mal versuchen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die alle haben. Oh, meiner geht noch. Oder noch ein weiterer. Oh, das war knapp. Ich meine, den brauchen wir auch. Brauchen wir den? Ja, sogar noch einen. Oh, den anderen haben wir umgebracht. Und wo ist? Warte mal. Ey. Der will einfach abhauen. Der Kollege will einfach abhauen. Nicht mit mir. Der ist ja gut gezogen. Ich glaube, ich sollte jetzt nur noch mit der Armbrust schießen. Ah, verdammt. Okay, wir haben Bauteile. Dann würde ich sagen, jetzt geht's zurück. Nightwing brauche ich auch noch zwei. Nice. Das heißt, hier fehlen mir sogar auch noch welche. Nicht so viele, aber... Oh, warte mal. Da ist nochmal eine Statue. Ein paar fehlen mir dann doch. Alles klar. Immer schön her damit. Ich will eigentlich auch nochmal in den Turm reingehen. Ich glaube, ja, oder? Oh, da ist ein Sparkle drin. Ich glaube, den brauchen wir sogar. Von den Fuchsdamen hatte ich aber, glaube ich, genug, ne? Ja, absteigen, Bro. Ach, Mann. Habe ich den fast umgebracht? Ich glaube, ja, ne? Lebt er trotzdem noch? Ich hoffe. Perfekt. Ich glaube aber... Ja, haben wir. Alles klar, dann können wir abhauen. Dann schnell weg. Kein Bock mehr. Da habe ich kein... Bock mehr drauf. Aber warte mal. War das schon immer hier auf der Karte? Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber egal. Jetzt wird erstmal Rüstung repariert. Ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig. Nein, hier. Stoff. Ja. Alles klar. Aber haben wir already. Stoff. Und dann können wir mal... ein paar hiervon machen. Okay. So. Endlich. Was braucht der hier? Ah, das lassen wir erstmal. Das passt schon soweit. Und dann hauen wir wieder ab. Perfekt. Ich wollte noch ein bisschen mit euch erkunden. Und die Base müssen wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen weiter bauen, ne? Da sind wir natürlich immer noch nicht... ganz fertig. Von hier aus geht's weiter. Würde ich sagen. Ich glaube, das ist doch ganz gut. So, jetzt die Frage. Nach unten erstmal? Oder nach oben? Ach komm. Haut ab. Ich würde sagen, erstmal... hier vielleicht lang. Nightwing ist da, glaube ich, ein bisschen besser. Ah, jetzt haben wir wieder diesen... Bären da. Ich brauche den halt. Gut, das war nicht so... Gut. Die nerven, ne? Angebliche Perlfreunde. Und Level ab. Nice. Sehr gut. Super. Also... Was haben wir denn hier? Was ist das für ein Krater? Haben wir noch auf jeden Fall ein Ei? Nehme ich gerne mit. Und der nächste Turm ist gar nicht mal so weit. Ey, die geben mir so auf die Nerven, ne? Das ist unglaublich. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Da unten? Ach, das ist dieser Krater. Ah, ja. Ich verstehe. Ne, das kann ich mir nicht geben, Leute. Das kann ich mir jetzt nicht geben. So. Was denn Level hat der Kollege? 38. Könnte man schaffen. Aber, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt gerade keinen Bock auf den Boss Perl. Das werden wir demnächst wieder machen. Und das Ei, ist das sehr groß? Oder kommt mir das nur so vor? Ist doch größer als sonst, oder? Dumbo Ei. Alles klar. Wir gucken jetzt erstmal, was es hier noch so im Gebiet gibt. Vielleicht finden wir noch irgendwas krass Interessantes. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber ja. Und, warte mal. Ein Level hauen wir uns kurz rein. Wir gehen auf jeden Fall noch auf 2000 Leben. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Da oben hoch. Lohnt sich das? Ist da eine Statur? Und da unten sind wieder Bienen. Brauche ich eigentlich auch. Wir müssen da hin. Dann hier unten noch hin. Da waren wir auch noch nicht. Warte mal. Bist denn du? Wer bist denn du? Ja. Ich glaube, dich habe ich noch nicht. Ach doch, oder? Das ist doch Shadow the Hedgehog. Ich glaube, ich habe einen gelben. Ich sage dich, ich habe einen gelben. Ich sage dich, ich habe einen gelben. Ich sage dich, ich habe einen gelben. Mach ich gerade ein bisschen. Ja, zum ersten Mal. Na dann. Komm ins Team. Komm mit zu mir, mein Freund. bei uns ist es schön warm und kuschelig ja 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 ok perfekt ja jetzt die frage gehen wir da hinten lang da wäre noch so eine biene die guard nein direkt die ganze gang direkt die ganze gang dass ich fliegen kann wie soll man die dann in ruhe fangen wenn die immer selbst machen die kleinen täterinnen du bist aber mir ok wenigstens noch eine bekommen aber schon anstrengender das ist schon anstrengend leute jetzt ist die goldene frage ich glaube für die nächste folge sollte ich mich ein bisschen besser noch vorbereiten wieder genug sphären haben und so weiter vielleicht ein paar antike teile noch mal holen mein perl im team ist hungrig alles klar da wären nochmal bienen erstmal die brote ja der frisst echt viel ne ich würde das auch verfüttern einfach rohe fleisch rohe pilze ich weiß würde anders mehr bringen aber ist halt so gut leute ich würde sagen das war es auch mit dieser folge wenn es euch gefallen hat wie immer bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen sonst würde ich sagen bis zur nächsten folge wieder ciao 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 ciao